Heute habe ich Ihnen was mitgebracht. Wissen Sie, was ich hier habe? Mike 07, Sommer 24. Zugangsdaten, die am Monitor eines Mitarbeiters im Büro klebten. Warum Risikomanagement eine ganz praktische Sache ist und keineswegs trocken, abstrakt oder das betrifft ja nur die anderen, das ist Thema in diesem Video. Los geht's. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Würden Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Online-Banking oder die PIN-Nummer Ihrer Kreditkarte an der Litfaßsäule in der Stadt plaketieren? Vermutlich nicht. Aber Zugangsdaten auf Klebezetteln am Monitor, sowas wie das hier, das ist doch ganz okay, oder? Oder auf der Schreibtischunterlage, wo man so draufschreibt. Oder wenn es ein ganz modernes in einer Excel-Tabelle abspeichern auf dem Netzlaufwerk. Mal ganz ehrlich, das ist genauso fahrlässig. Ja, aber meine Büromitarbeiterin braucht doch den Zugang zum Online-Banking, weil sie Rechnungen überweisen muss. Ja klar, aber das lässt sich ja auch anders regeln. Spielen wir doch mal am Beispiel Zugangsdaten den Risikomanagementprozess einmal durch. Zunächst mal braucht es das Risikobewusstsein. Solange einfach akzeptiert wird, dass Zugangsdaten nicht aktiv gemanagt werden, wenn man sich also überhaupt keinen Kopf da drum macht, sondern in Excel-Listen oder auf Klebezetteln im Unternehmen einfach irgendwie verfügbar sind, fehlt es ja bereits einem Risikobewusstsein. Zugangsdaten, egal ob zu einem Software-System, zu Computern, Bankkarten oder sonst irgendwas, können auf vielfältige Weise ja missbraucht werden. Und wenn sie missbraucht werden, dann entsteht eigentlich immer eine Art von Schaden. Ganz oft ein direkter finanzieller Schaden, in dem irgendjemand auf Ihre Kosten Geld abräumt, Ware kauft oder sonst irgendwas. Ich denke, darin sind wir uns wirklich alle einig. Ein geschärftes Risikobewusstsein bedeutet also konkret, dass Zugangsdaten riskant sind und dass Zugangsdaten aktiv verwaltet werden müssen. Welche Risiken können wir denn eigentlich identifizieren? Sie merken, wir sind jetzt im Bereich der Risikoidentifikation. Bestehende und korrekte Zugangsdaten können von den falschen Personen genutzt werden. Und dabei geht es nicht nur um die Verunschuldung von Geldern, sondern auch um die Informationssicherheit. Stellen Sie mir vor, Sie wollen eine strategische Partnerschaft eingehen und die Daten dafür liegen in einem geschützten Bereich, einem sogenannten Datenraum. Ein Unbefugter gelangt an die Zugangsdaten, informiert sich und nutzt diese Information zu seinem eigenen Vorteil oder dem Vorteil eines Dritten. Das kann ganz schwerwiegende Folgen sein. In einem mir persönlich bekannten Beispiel wurde die PIN-Nummer für die Firmentankkarte, mit der man eben die Betriebsfahrzeuge alle vollgetankt hat, in einer Excel-Tabelle gespeichert. Ein Mitarbeiter stand an der Tankstelle und fragte nach der PIN-Nummer über die WhatsApp-Gruppe des Unternehmens, in der alle Mitarbeiter drin waren. Und er bekam über diese Gruppe auch noch Antwort. Ganz ehrlich, ich war über so viel Naivität wirklich erschüttert. Das kann ja nicht sein, sowas. Ein anderer Fall. Eine Software, die monatlich etwa 50 Euro kostet und ein Cloud-Dienst war, es war also eine Videoschnittsoftware für die Erstellung von Schulungsvideos im Unternehmen, wurde durch die Tochter des Mitarbeiters zu Hause für die Erstellung ihrer YouTube-Videos, nennen wir es mal, kostengünstig mitbenutzt, weil die Zugangsdaten bekannt waren. Also, falsche Nutzer haben Zugang, das ist ein ernsthaftes Risiko. Die Zugangsdaten könnten auch nach außen gelangen und werden verändert, sprich, der prächtigte User wird vom eigenen System ausgesperrt. Das kommt im Bereich von Social Media häufiger vor, als was sie sich vorstellen. Nach einer Statistik, den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung, wird jeder fünfte Social Media Account früher oder später kompromittiert und gehackt. Das müssen Sie mal überlegen, wie viel das ist. Und damit sind wir nicht mehr bei der Frage, ob das passiert, sondern auch die Frage, wann das passiert. Und da wir alle ganz viele Online-Zugänge haben, sei es für Software, für Online-Shops oder was auch immer, tendieren wir dazu, auch immer die gleichen Anmeldedaten zu verwenden, weil man sonst mit der Verwaltung nicht mehr hinterherkommt. Aber genau das ist ja auch ein Problem. Wird ein relativ einfaches Passwort erraten oder geknackt, dann stehen viele Zugänge wie offene Türen da. Oder wenn ein großer Anbieter ein Datenleck hat, was auch schon vorgekommen ist, dann sind Ihre Zugangsdaten im Darknet. Und bei der Wiederverwendung sind auch gleich noch alle anderen Zugänge, die Sie so haben, eben gleich mit im Darknet. Passwörter müssen also hinreichend komplex sein. Am besten mehr als 20 zufällige Zeichen, Buchstaben, Ziffern etc. haben, damit man sie nur einmal nur auch verwendet. Und das macht natürlich eine manuelle Verwaltung mehr oder weniger unmöglich, weil der Aufwand einfach zu groß wird, sich jedes Mal irgendwas auszudenken. Also Passwortknacken ist ebenfalls ein Risiko, dem man begegnen muss. Kommen wir zur Risikobewertung. Der Missbrauch von Zugangsdaten, wenn diese nicht angemessen verwaltet werden, ist also nur eine Frage der Zeit. Es ist also nicht ein Ob, sondern ein Wann. Die Eintrittswahrscheinlichkeit würde ich als hoch oder sehr hoch einstufen. Das Schadensausmaß kann in verschiedenen Dimensionen gigantisch sein. Finanzielle Schäden, Reputations- und Imageschäden bis hin zur Zerstörung der betrieblichen und persönlichen Existenz. Stellen Sie sich mal vor, jemand knackt des Unternehmens Social-Media-Account bei einem großen Anbieter und postet dann Dinge, die einfach geschäftsschädigend sind. Nach meiner Einschätzung ist das Thema Zugangsdaten also ein Top-Risiko für jedes Unternehmen und auch für jede Privatperson. Und darum sollten Sie sich jetzt unmittelbar darum kümmern. Nicht erst nächste Woche oder das machen wir irgendwann mal. Kümmern Sie sich jetzt darum. Und damit sind wir bei der Risikobehandlung. Was macht man jetzt mit dieser Erkenntnis, ich muss mich jetzt darum kümmern und kann ich auch keinen Aufschub mehr weiter dulden? Meine dringende Empfehlung, nutzen Sie einen teamfähigen Passwortmanager. Ja, die kosten ein bisschen Geld, aber Ihre Haftpflichtversicherung kostet Sie ja auch ein bisschen Geld. Und so teuer ist ein moderner Passwortmanager nur auch nicht. Ich nutze in meinem Unternehmen wie auch privat in der Familie Sticky Password. Den Link dazu finden Sie auch in der Videobeschreibung, weil es doch relativ leicht zu bedienen geht. Und was kann dieser Passwortmanager alles? Ich muss mir nur noch ein Masterpasswort merken, um den Passwortmanager zu nutzen. Das sieht dann ungefähr so aus. Es gibt den Passwortmanager für jedes Gerät und vor allem synchronisiert er sich. Also wenn ich ein Passwort auf meinem PC entsprechend ein neues Konto anlege und mit hinterlege, dann ist es wenige Sekunden später auch auf meinem Mobiltelefon entsprechend verfügbar. Und wenn ich irgendwo bin, wo ich dann dieses Passwort brauche, kann ich darauf zugreifen. Und der Passwortmanager generiert vor allem auch zufällige Passwörter mit allen erdenklichen Sonderzeichen und Längen. Und da können Sie auch dann entsprechend Standardparameter angeben, eben wie viele Zeichen sollen es sein und wie komplex soll es eben sein. Das kann man sich eben so vorstellen. Schauen Sie mal her. Der aktivierte Passwortmanager lockt sich bei hinterlegten Zugangsdaten direkt am entsprechenden System ein. Sie können auch sichere Notizen hinterlegen, wenn Sie zum Beispiel keinen Cloud-Dienst nutzen. Zum Beispiel den Zahlencode für einen Tresor, der wirklich haptisch irgendwo steht, zum Beispiel in Ihrer Filiale, wo Sie sensible Personalunterlagen oder eben Wertgegenstände untergebracht haben. Also wenn Sie im Unternehmen einen wirklichen Tresor haben, können Sie auch dort eben die Zugangsdaten zu diesem Tresor entsprechend sicher hinterlegen. Und jetzt kommt für mich eine ganz, ganz wichtige und essentielle Funktion. Sie können die Zugangsdaten und Passwörter im Team sicher teilen. Denn Sie entscheiden, ob der Mitarbeiter auf die Zugangsdaten Vollzugriff oder nur eingeschränkten Zugriff hat. Was bedeutet das konkret? Beim Vollzugriff kann der Mitarbeiter das Passwort sehen. Er kennt es also. Er hat es aber gesehen. Er könnte es jetzt auch abschreiben. Beim eingeschränkten Zugriff sieht er es nicht. Er sieht also nur die Punkte oder eben die Sternchen. Sticky Passwort setzt es eben bei der Abfrage nach dem Zugang entsprechend ein. Der Mitarbeiter kennt das Passwort nicht. Und beim eingeschränkten Zugriff kann der Mitarbeiter also die Zugangsdaten nutzen. Er hat also Zugang zu dem jeweiligen System oder Cloud-Dienst. Aber er kann es eben nicht selbst irgendwo weitergeben, weil er es eben nicht kennt. Also man kann es auch nicht mündlich weitergeben. Scheidet der Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus, müsste man ja das Passwort, wenn es kennen würde, müsste man es ja sofort ändern. Aber das können Sie jetzt natürlich sparen, weil er kann es eben nicht, wenn Sie nur den eingeschränkten Zugriff weitergeben. Und das finde ich eine ziemlich smarte Lösung. Und diese Funktion nutze ich zum Beispiel auch privat mit meinen Kindern. Die zwar vielleicht Zugang zu bestimmten Online-Diensten brauchen oder wollen, ich Ihnen aber das Passwort nicht verraten will. Denken Sie mal an Streaming-Dienste. Und geteilte Zugangsdaten kann man auch jederzeit wieder rufen. Also mit einem Klick ist dieses Geteilte wieder weg. Und damit steht es dem Mitarbeiter eben auch nicht mehr zur Verfügung. War es ein eingeschränkter Zugriff, müssen Sie eben nach dem Widerruf das Passwort nicht ändern, weil der Mitarbeiter wusste es ja nicht, erkannte es ja nicht. Und als privates Beispiel für gestresste Eltern. Wenn es Gründe gibt, dass Ihr Kind für eine Zeit lang seinen Zugang zu einem Streaming-Dienst vielleicht nicht nutzen sollte, dann können Sie das geteilte Passwort mit eingeschränktem Zugriff für das Widerprofil über den Passwortmanager einfach entziehen und müssen erst nicht umständlich das Passwort im Streaming-Dienst selbst ändern. Hat sich der Grund erledigt und Ihr Kind kann den Dienst wieder nutzen, teilen Sie einfach wieder das Passwort und alles ist wieder wie vorher. Also ein Passwortmanager wie Sticky Passwort ist eine geeignete Maßnahme, das Risiko im Unternehmen für den Missbrauch von Zugangsdaten massiv zu senken. Und das kann gleichzeitig auch Ihr Einstieg in das Thema Risikomanagement ganz allgemein sein. Sie haben es gesehen, wir haben jetzt die verschiedenen Phasen des Risikomanagement-Prozesses einfach mal durchgespielt an dem Beispiel Zugangsdaten. Denn so abstrakt oder wenig greifbar ist dieses Thema ja eigentlich gar nicht. Wie denken Sie jetzt darüber? Haben Sie sich schon mal ernsthafte Gedanken über Zugangsdaten gemacht? Haben Sie vielleicht noch solche Klebezettel hier wie sowas da? Finden Sie sowas auf den Monitoren, vielleicht von Ihren Mitarbeitern? Wer ist denn auch schon auf einen Passwortmanager umgestiegen und wie sind Ihre Erfahrungen damit? Schreiben Sie es mir doch mal gerne in die Kommentare mit. Vielleicht können wir dort noch mehr Nutzer überzeugen, Passwortmanager zu nutzen, denn es ist ja wirklich eine echte Hilfestellung. Wir sehen Sie im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.